Immer wieder könnt ihr runter zum Strand blicken, könnt ihr sehen, wie das Ruderboot von Canesitiana mit den Seeleuten von euch dann rüber gerudert wird und wie dann das Boot kleiner und kleiner wird. Ihr blickt noch einmal zu den Wasseroberflächen, blickt zu der Insel, die immer noch rot um euch herum leuchtet, hört das Hacken, hört das Holzern, das Umknicken von Bäumen, das Keckern von Affen, von Vögeln. Und dann nach 10 Minuten kommt ein weiterer Sonnenlegionär auf euch zu. Ihr seid verantwortlich für das hier? Was meint ihr damit? Mein Gefährte wurde entführt. Ja, was heißt entführt? Ist ja schon eine schwere Entschuldigung. Wie lautet die Anklage? Tun wieder die göttliche Ordnung. Welchen, was hat er genau getan? Nun, wir haben hier eine eigene Lehre, die er ohne einen rechtmäßigen Antrag gebrochen hat. Predigen auf dem Marktplatz unterliegen dem Wahrer der Ordnung und seinen Abgesandten. Hat er ein Schreiben dabei? Nun, davon ist nicht auszugehen, aber ich würde gerne seine Version der Dinge hören. Und ihr werdet uns jetzt zu ihm führen. Überreden, einschüchtern. Okay. Ich meine, die haben die Waffen? Na und? Let's sing. Er wirft trotzdem in der Selbstbeherrschungsprobe. Kriege ich das dann als Erschwernis? Das ist eine konträre Probe. Okay. So was wird ja eigentlich immer konträr gewürfelt. Er nickt ihr zu. Dann seid ihr also die Handwälte, ja? Es scheint wohl so. Wird im Protokoll so vermerkt. Keine Sorge. Nun, führt uns nun zu ihm. Und legt uns die Anklage vor. Er wurde noch nicht offiziell festgenommen. Vorläufig. Ach, ist er dann ein freier Mann, wenn er nicht festgenommen wurde? Er wurde vorläufig festgenommen. Auch zur vorläufigen Festnahme muss er eine Anklage geben. Nun, die Schrift wird gerade bearbeitet. Aber ich kann sie gerne mit runterführen. Ihr bleibt hier. Kapitän. Bringt die Schrift auch mit. Vergesst sie nicht. Nicht, dass ihr doppelt laufen müsst. Wie redet ihr mit mir? Ihr habt mir keinen Titel genannt. Weder Titel noch Namen. Sonnenlegionär. Hauptmann. Nun, Hauptmann Sonnenlegionär bringt diese Anklarschrift dann mit. Außerdem hatte ich wir gesagt. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Er begleitet mich. Ist er auch Anwalt? Nun, sollte es nötig sein wird und die Sache ernst sein, wird unser Gefährte sicher auch zwei Anwälte benötigen können. Ja. Dann kommt mal mit. Und damit führt ihr euch wieder zurück ins Kloster. Eine Treppe nach unten und dann nach einem langen Gang und Zellen könnt ihr dann auf einen weiteren Sonnenlegionär treffen und eine gefüllte Zelle. Oh, Zulamin. Aber mir schön, dass ihr gekommen seid. Hat euch mein Brief erreicht? Welcher Brief? Nein. Ich habe einen Brief geschrieben in Angrahm, um diese tumben Narren ein wenig vorzuführen. Ähm, naja, sie haben mich festgenommen und ich habe euch geschrieben, dass ich hier bin. Ich fürchte, der wird wohl leider in der Verwaltung hängen geblieben sein. Ja. Hauptmann Sonnenlegionär, warum trägt mein Gefährte einen Eisenkragen? Sie haben mich gezwungen, ihn zu tragen. Es war nicht wirklich eine Wahl. Sie haben mir auch Folter angedroht, aber mir, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, gastfreundlich sind die Leute hier nicht. Nun, Hauptmann, ich stelle diese Frage an euch. Warum trägt mein Gefährte einen Eisenkragen? Nun, damit er als schändliche Zauberei nicht gegen uns wirken kann. Also mangelt es euch an Vertrauen in die Macht prei aus? Tut es nicht, aber so steht das Geschirr eben und so tun wir. Doch, doch, sie haben richtig Angst gehabt. Ich habe es in ihren Augen gesehen. Schau dir den Mann doch an, wie ängstlich er ist. Er zittert ja gerade zu. Unsere Sätze wurden von den Priesterkaisern verfasst. Ja. Damals war Garret nicht auserwählt, von Pryos Auge. Moment, waren das die, die rausgeworfen worden sind? Ich meine schon, von einem Magier, nicht wahr? Von einem Ketzer. Ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber das müsst ihr nicht. Vielleicht wolltet ihr weniger reden. Ich sehe, ihr habt euch hier bereits recht gut eingerichtet. Aber lasst uns die Sache doch einmal vernünftig betrachten. Nun, das, was Boltax getan hat, ist aus unserer Sicht sicher kein Verbrechen, da er einige sehr allgemeine Aussagen über die zwölf Götter auf dem Marktplatz getätigt hat. Nun, ihr sagtet, dies sei in Pryos Dank verboten. Das heißt, es ist wohl eher eine Ordnungswidrigkeit als ein Verbrechen, da er lediglich versäumt hat, eine Genehmigung rechtzeitig einzuholen, was er als Auswärtiger nicht wissen konnte. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, aber ich hätte eine Rechtsbelehrung gehalten müssen, wenn ich den Hafen betrete. Nicht wahr, das habt ihr leider unterlassen. Nun, wenn ihr in Garret anlandet, dann werdet ihr sicherlich nicht von dem hiesigen Hafenmeister zu hören bekommen, was alles in Garret verboten ist. Garret hat doch keinen Hafen. Jetzt seid ihr aber lächerlich. Ich bin etwas verwirrt, dass ihr die Lehren der anderen Elfgütter unter Strafe stellt. Was wir vor allem unter Strafe stellen, ist das Predigen auf dem Marktplatz ohne eine Genehmigung des Wahres der Ordnung. Nun, er hat nicht gepredigt, er hat mit den Kindern unterhalten. Nicht wahr, Voltax? Ja, natürlich. Auslegungssache. Das wird das Gericht klären. Nun, ähm, eigentlich nicht. Welche Strafe steht denn üblicherweise auf ein solches Verbrechen? Tun wir denn die göttliche Ordnung? Der Feuertod. Ach, da muss ich mir keine Sorgen machen. Nur, wie gesagt, ich halte es für äußerst fragwürdig, dass es sich hierbei um ein Vergehen gegen die göttliche Ordnung handelt. Ich denke, es ist eher eine Ordnungswidrigkeit, wie gesagt, da es lediglich an der Genehmigung gescheitert ist. Außerdem wird mich das Feuer nicht holen, also... Ich habe nichts zu befürchten. Das ist ja lustig. Ich schaue dich ja ein bisschen zweifelnd an. Ja, er zweifelt genauso. Seid ihr ein Baktierer? Nein, ansonsten könnte ich doch gar nicht hier auf der Insel sein, nicht wahr? Tja. Denkt mal darüber nach. Ich bin mächtiger als ihr. Und ich habe keine Angst. Also... Ob ihr mächtiger seid, wird sich wahrlich zeigen. Ach, im Übrigen... Wenn ihr dann am Pfahl steht und brennt, dann werde ich euch sagen und rufen, ich habe es euch ja gesagt. Und ich würde zurück sagen, ich auch. Dann steige ich vom Pfahl herunter, der zur Asche verbrannt ist. Dann klopfe ich euch auf die Oberschenkel. Das ist ein bisschen leichter, als euch auf die Schulter zu klopfen. Und dann gehe ich ganz entspannt von dann. Nun, werte Invalten, ich möchte wahrlich nicht in eure Haus stecken. Diesen Fall zu verhandeln, wird wahrlich unmöglich. Ach... Nun, wo ist er erst einmal die Anklage schriftlich hier immer noch nicht? Offen gestanden halte ich sein Verhalten eher für kindisch als für ketzerisch. Aber nun ja. Ich hoffe doch sehr, dass es nicht so weit kommen wird, dass er tatsächlich auf dem Scheiterhaufen landet. Denn das wäre nach meinem Verständnis wohl kaum als Gerechtigkeit zu bezeichnen. Nun, und wo ist dieser Brief, der mir angeblich zugestellt wurde? Nun, er befindet sich noch in der Bibliothek und wird übersetzt. Der Zweck hielt es für nötig, ihn zu verschlüsseln. Nicht verschlüsselt. Sie sind nur zu dumm, ihn zu lesen. Nun, er wird ihn in seiner Muttersprache verfasst haben, oder? Ja, ganz richtig, ganz richtig. Dies kann ihm nicht vorgeworfen werden. Das ist doch kein Vorwurf, aber er muss trotzdem geprüft werden. Nun, wie sieht es aus? Würde es sich denn nach den hiesigen Gesetzen strafmildernd auswirken, wenn er sich reuig zeigen würde? Selbstverständlich. Reue gehört dazu. Und, ähm, inwieweit könnte das Strafmaß dadurch reduziert werden? Nun, tun wir dir die Zwölfe. Äh, das ist ein Delikt gegen die Götter und ihre Kirche. Während Zulamin sich mit dem Sonnengardisten unterhält, würde ich gerne mit dem Federkiel auf meiner Hand in Angraben schreiben, Abelmir, Zwergentrunk. Und das dann einmal so drehen, dass Abelmir das sehen kann, bevor ich dann in die Hand huste und das Ganze wieder verwische. Abelmir, kannst du Angraben? Ich kann keine Angraben. Was? Ich füge ohne den Schultern. Ich. Tun wir dir die Zwölfe. Nun, Störung des Götterdienstes oder Tempelbeschmieren würde mit einem Mahl geächtet werden. Blasphemische oder sogar ein Angriff auf einen Geweihten, wie gesagt, der Tod. Bei einer strengen Auslegung. Aber wir könnten auch noch Züchtigung drauf tun. Oder Verstümmelung. Der Pranger. Oder ein Mahl. Nun, sicherlich wird das Strafmild an sich auswirken, wenn er gesteht und reuch ist, dann würde er vielleicht nur verstümmelt werden. Ist dies euer Rechtsauffassung? Priesterkaiser wollen es so. Abelmir, sie können mir gar nichts. Die Lex Zwerge ja killt. Nun werden sie schon nicht das allgemeine Recht beachten, dann werden sie die Lex Zwerge ebenfalls nicht beachten. Sie führen hier eine rechtsfreie Zone, in der jeder recht sprechen kann, wie er will. Ah, das ist eine rechtsfreie Zone. Das ist natürlich interessant. Wunderbar. Ähm, Abelmir, würdest du einem Stamm etwas von mir mitteilen? Gewiss doch. Wir befinden uns dann ab jetzt im Zustand Chalak. Nun, ich werde diese Worte so wiedergeben. Sehr schön. Ich denke, Gonarch wird wissen, was zu tun ist. Nun, ihr könnt die Klageschrift selbstverständlich lesen. Sie wird euch zusammen mit dem Brief des Zwergen auf euer Schiff gebracht werden. Ihr werdet sicherlich Zeit genug haben, um die Verteidigung vorzubereiten. Nun, dann, wenn Reue eine Rolle spielt, dann gebt mir eine Weile mit, dem zu verteidigen. Hm. Ich bin immerhin nicht nur seine Anwältin, sondern auch eine Geweihte. Ich werde ihm ins Gewissen reden und eine Andacht mit ihm halten. Vielleicht findet er in seinem Herzen einen Funken Reue. Dann muss ich euch vorher durchsuchen und eure Waffen abnehmen. Abelmir, ich denke, eine... Nun... Wie viel Zeit habe ich? Eine Stunde, denke ich, wäre angemessen. Eine halbe. Eine halbe. Nun... Ich muss protestieren gegen diese Behandlung einer Geweihten. Das Abnehmen der Waffen und das Durchsuchen? Seid ihr von Sinn? Sie ist eine Dienerin einer Gottheit. Korrekt. Und sie möchte als Anwälte mit ihrem Mandanten sprechen, nicht als Dienerin der Götter. Wenn der Zwerg dem Feuertod entgegenblickt, dann kann er ein letztes Mal seine Sünden vor ihr... Ich sagte, ich wollte eine Andacht halten und ihm ins Gewissen reden. Ich tue dies in meiner Funktion als Geweihte. Ich möchte trotzdem, dass ihr einmal die Waffen abgebt. Oder wir bleiben dabei stehen und beachten, dass ihr keinen Körperkontakt habt. Zulamin, äh, gibt ihre beiden Säbel Abelmir. So, und nun gebt mir ein wenig Ruhe. Ich muss euch vorher abklopfen. Nur zu, sie sieht ihn herausfordernd an und präsentiert ihr Dekolleté. Er schluckt einmal und fängt dann an. Hast du Dolche bei dir? Zulamin hat normalerweise den Opfer Dolch bei sich, aber das ist ein Ritualgegenstand. Ja, gibt eine kurze Diskussion. Von zwei Minuten, aber wenn du ihn halt wirklich dafür brauchst, äh, dann wird man ihn dir lassen. Hast du sonst irgendwas von Interesse dabei? Nicht wirklich. Gut. Ja, er, er, er muss dir dann einfach für diese Andacht, muss er dir dann den, den Dolch lassen. Findet er nicht gut? Aber dann wird er Abelmir nach draußen schieben und dann, äh, dich in dem Gang alleine lassen. Blame ihn, was soll das? Nun, idealerweise hole ich euch hier raus. Na gut, die Idee. Ich wollte Abelmir schon sagen, dass er den Zwergentrunk mitbringen soll. Dann wäre ich geschrumpft und wäre hier einfach durch die Gitterstäbe durchgelaufen. Nun, wir werden einen anderen Weg gehen. Einen Weg, der vielleicht Pryos, aber ganz sicher Raja gefällt. Wenn ihr mir das in den Gefallen tut, mit mir zu beten? Äh, selbst, selbstverständlich. Ähm, schaut einmal, während ich hier war, konnte ich ein bisschen was aus der Bibliothek erhaschen. Echtlich? Ja, äh, der Sonnenlegionär hatte, ähm, sehr viel Angst vor mir und ich habe ihm gesagt, er muss mir etwas zu lesen holen. Das ist gut, aber wir haben nicht viel Zeit, Boltax. Erzähl das mir nachher, ja? Natürlich, ähm, ich reiß die Seite aus dem Buch raus und steck sie ein. Gut. Ähm, Zulamin kniet sich, ich weiß nicht, auf die andere Seite der Gittertür oder wie sind da die Räumlichkeiten? Äh, die Gittertür ist noch verschlossen. Und, äh, du kannst dich einfach, also Boltax kann sich vor der Gittertür und du da auf deiner Seite. Genau. Ja. Und, ähm, ja, äh, ich, äh, nehme ein Flaschchen mit Rosenwasser, ähm, tauche den Finger hinein und, ähm, äh, stecke dann die Hand durch die Gittertür und zeichne, äh, äh, Boltax das Symbol meiner Gottheit auf die Stirn. Und, so, dann fange ich an zu beten, ähm, ergreife zwischendurch vielleicht mal Boltax Hände durch das Gitter und flehe Ratschal darum an, Boltax zu befreien. Ich, äh, bete selbstverständlich mit. Ich wirke die Liturgie Raias Freiheit. Oh Gott, was kann das? Das freut dich. Das ist eine, es ist eine sehr vage formulierte Liturgie, sie befreit. Also, sie kann zum Beispiel von einer geistigen Einschränkung befreien. Ja, okay. Sie kann ganz konkret Ketten lösen. Warte mal, welche Seite ist das im WDG? 2, 4, 6. Nicht WDG, nicht WDG. Nicht WDG, äh, äh, lieber Liturgium. Das habe ich jetzt nicht offen. Okay, dann lies das mal bitte vor. Okay, Auswirkungen. Die Zielperson, äh, kann sich mit dieser Liturgie von einer Fessel oder Einschränkung lösen. Die Fessel kann materiell sein, zum Beispiel Sklavenketten, aber auch seelischer oder geistiger Natur. Ähm, auch Beherrschungszauber sind davon betroffen. Rrrr, gesellschaftliche Zwänge, geistige Fesseln, das ist alles nicht relevant. Also, es ist einfach, es befreit Boltax. Ja, ja, du mich auch. Ja, äh, dann will ich aber, äh, dann will ich aber 1W6 Schadenspunkte von einem Opfer durch in dir selbst haben. Okay. Die blutige Raja verlangt ein Tribut. Das ist voll okay. Ähm, ja, die Erschwernisse vom letzten Mal, also die Erleichterung von minus 4 und das ist eine Grad-4-Liturgie. Das heißt, ähm, ich wirkle mit einer 2er Erschwernis. Das kommt dran, dass du 10 Punkte entrückt bist. Oh! Denke daran, dass du 10 Punkte entrückt bist. Das ist richtig. Das heißt, es kommt nicht nur eine 4er Erleichterung, sondern eine 5er Erleichterung, also nur eine 1er Erschwernis. Kostet dich das jetzt 20 Karma? Das kostet sie jetzt 20 Karma. Und danach bin ich so entrückt wie Yalan. Nein, bist du nicht. Yalan ist immer noch entrückter als du. Ich bin viel entrückter. So, hau rein. Oh Gott. 17. Erschwernis ist eingetragen. Du rammst dir dein Dolch wohin? Hm. Ich weiß nicht, also ich denke, wir knien ja sehr lange hier und, ähm... Schneidest du dir die Unterarme auf? Nee, Moment. Ich glaube, zum Höhepunkt der Liturgie, ähm, schneide ich mir mit dem Dolch in die Handfläche. Also das, was Raphim immer sagt, was man nicht tun soll. Ja. Und mit der blutigen Hand greife ich, genau, greife ich dann die Klinke und die Tür geht einfach auf. Und, äh, ohne was zu Beutag zu sagen, drehe ich mich dann um. Und, äh, naja, verlasse so Orpheus und Eurydike-mäßig mit ihm im Schlepptau das Kloster. Ja, ich geh mit. Also du gehst da auch direkt, also die Wache steht noch in Abstand, also ich sag mal, 20 Meter entfernt stehen die noch da und hat halt nicht gehört, was du sagst, aber die kann auf alle Fälle den Gang erblicken. Also, die können mich auch sehen, aber ich bin super entrückt und habe diese Freiheitsliturgie gesprochen, ich gehe einfach. Ja, ja, du kannst ja auch gehen. Warte, warte, du hast die auf Boltax gesprochen, nicht auf dich. Ja, und? Wenn die jetzt meinen, du bleibst hier, dann bleibst du hier. Also ich, ich kann... Erst einmal klickt die Tür und du kannst dich dann erheben und gehen. So, jetzt steht Bolt, oder jetzt sitzt Boltax, äh, noch vor der Tür und, äh, zu Lamin geht. Jetzt kannst du dich natürlich, ja, jetzt kannst du halt überlegen, was du tust. Ja, ähm, Frage, hat die Liturgie mich auch von dem Kragen befreit oder hat sie tatsächlich nur... Ja, doch, der Kragen, den Kragen nehme ich dir auch weg, aber du kannst jetzt hier nicht aus dem Kloster spazieren. Okay, alles gut. Die, äh, Wache steht auf der einen Seite der Tür, was ist auch in der anderen Richtung? Ähm, muss mal gerade gucken, ich glaube Felswand. Also irgendwann ist das, äh, der Trakt ist dann irgendwann zu Ende und da sind dann auch nur weitere Zellen, aber, äh, Ausgang gibt's eben nur einen. So, warte mal. Zwergennase hast du nicht, ne? Hab ich nicht, nein. So, schauen wir mal nach. Da ist nämlich der Geheimgang hinter. So. Der Kerker ist durch einen flachen Wachturm zugänglich. Ebenfalls zwei Stockwerke hoch. Okay, dann kannst du noch eine Treppe nach unten gehen. Äh, befindet er sich auf einem, äh, auf einem Dach gibt's noch ein Signalfeuer. Ja. Von der Wachstube aus führt eine steile Treppe hinab in den Sonnenhügel, die normalerweise mit einer schweren Steinplatte und einem Eisenriegel gesichert ist. Äh, man steigt direkt hinab in das Verlies, an dessen Wänden die Gefangenen mit Händen und Hals und Eisen, äh, in Eisenketten geschlagen werden. Benachbart liegt die Folterkammer, über die eine Feuerstelle in offenen Abzug verfügt und von wo man Schreie ohne jede Tür gehindert hinüber zu den Gefangenen dringen können. Okay, ja, dann könntest du, ähm, den Flur in die entgegengesetzte Richtung eilen, die Treppe hoch, äh, in Richtung des Signalfeuers. Mhm, das würde funktionieren. Das, also, ja, ja. Aber da will ich auch eine Schleichenprobe von dir haben. Schleichenprobe? Das ist ja überhaupt nicht meins, na gut. Dann schauen wir doch mal. Oder sich verstecken. Ne, 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 ich mach, ich mach die Schleichenprobe. Ich hab sie gewürfelt, aber sie, ah, da unten, ja, hab ich geschafft. Okay, da ist jetzt, äh, noch keine Erschwernes drin. Nur, du hättest ja auch keiner angesagt. Ja, ist richtig, äh, zusammengegeben, wenn man, ähm, eine, ähm, eine ablenkende Probe. Meinetwegen betörnen. Das ist natürlich auch erleichtert um deine Entdrückung. Aber ansonsten, äh, kommt die Sinnschärfe gegen, gegen Boltax Probe gegen. Okay, schauen wir mal, was hab ich rausgeballert? Und du musst die zwölf Punkte von, äh, gegen Boltax aufheben. Okay, ich hab 30 rausgeballert, das heißt, ich bin bei einer Dreiererleichterung. Ist das nur so wenig? Ja. Äh, ein Zehntel. Ist ja nur ein Zehntel. Ja, okay. Also ab 35 kriegt ihr dann die vierte. Ja. Da ist es. Okay, knapp, aber es gelingt. Der Hauptmann der Sonnen, äh, der Sonnenlegion wird dann, äh, während Zulami mit Rosenduft und Blut behaftet an ihm vorbei, schwebt, die Augen nur auf der Geweihten haben, auf der Anwältin, äh, die lässt sich dann nur noch die Waffen von Abelmehr geben und gemeinsam könnt ihr entrückt, äh, nach draußen gehen. Abelmehr so ein bisschen sprachlos, äh, muss sich konzentrieren, dass er den Mund zu behält, während diese Göttern auf ihn zuschwebt und, äh, derweil kann Boltax, äh, auf leisen Sohlen die Treppe nach oben, bis du dann auf dem oberen Teil eines Wachtobes stehst, der Wind weht dir entgegen, du kannst die roten Blätter sehen, du erkennst eben auch, wie es, äh, weitere Statuen gibt, das Schwert, was die Fortkartei Prajotin entgegengereckt wird. Rote Blätter? Rote Blätter vom Wald. Maraskhan ist roten Blätter. Okay, okay, ich dachte hier wäre Efeu oder sowas dran. Nee, 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 also Maraskhan ist im Winter immer rot. Alles klar. Ähm, ja, dann würde ich mal am Turm hinabgucken, kann man da runterklettern? Ja, kann man bestimmt. Naja, nicht am Efeu. Ja, gut, ja. Aber runterklettern? Ich muss mal gerade überlegen, das ist zwei Schlottwerke, dann gebe ich dir eine Höhe von sieben Meter und eine Schwierigkeit, Klettern, Probe, plus fünf. Alles klar, dann probiere ich mal mein Glück. Das sieht nicht gut aus. Dann brauche ich bitte eine Körpermärkungsprobe plus sieben. Okay, natürlich. Und dann sind es sieben W6-7. Ja, die Körperbeherrschungsprobe habe ich easy geschafft. Also easy nicht, aber... Dann kann er einen Würfel abziehen. Dann darfst du... Einen Würfel abziehen. Genau, aber wir würden trotzdem erstmal sieben W6-7. Alles klar. Und du kannst dann einen beliebigen, höchstwahrscheinlich den höchsten Würfel rausziehen. Warte mal. Ich würfel einfach... 4, 5, 6, 7, so. Sind das sieben Stück? Das sind sieben Stück. 22 minus 7 sind 15. Du ziehst eine 4 raus. Ja, genau, dann bin ich bei 11. Das ist okay. 11 TP. Rüstung ist egal. Alles klar. Habe ich ja nicht an. Alles klar. Gut. Dann plumpst du in den Sand. Das ist eine Wunde, oder? Es tut weh. Aber nee, es ist doch Gesamtschaden und nicht auf... Ja, die verteilen sich auf den Beinen. Okay. Dann bekommst du in einem beliebigen Bein eine Wunde. Alles klar. Und dann kannst du nach draußen rumpeln, dem Strand entgegen oder auch da bleiben. Nö, ich gucke dann, dass ich zurück aufs Schiff komme. Ja, das Problem ist, ihr habt gerade kein Boot hier. Ja, gut. Aber... Also ich warte natürlich erstmal in irgendeinem Gebüsch auf Zulamin und Abelmier. Klar, klar, klar. Gut. Gut.